Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen zu Tür Nummer 5 im Adventskalender. Wie ihr seht, bin ich etwas gut eingepackt. Ich war gerade draußen und das ist mein Tipp heute an euch. Geht raus und bewegt euch aber schnell. Das Gute daran ist, wenn man jetzt bei diesen Temperaturen, die momentan herrschen, rausgeht und sich schnell bewegt, merkt man, dass Stress abgebaut wird, dass viel Stress sogar abgebaut wird und diese Luft einfach nur gut tut und sie, ja, sie durchspült quasi den Körper mit ganz frischem, schönen Sauerstoff und das tut wirklich gut, aber dazu muss man sich wirklich schnell bewegen, sich aber auch gut warm einpacken, aber dann halt eben schnell bewegen und es tut wirklich gut und gerade das Spazierengehen, wie ich es gerade eben noch gemacht habe, tut einwandfrei gut und deswegen der heutige Tipp an euch. Dann macht es gut, bis morgen dann. Tschö.